Ein herzliches Willkommen. Wir sind bei Dienstag, 17. Oktober 2023. Wir haben die Sonne und den Merkur weiterhin in der Waage, diplomatisch, auch Harmonie herbeiführen. Und der Mond ist im Skorpion, wechselt aber gegen 20 vor 10 abends ungefähr in den Schützen. Eine ganz andere Energie als im Skorpion, aber tagsüber eben noch so ein bisschen misstrauisch, hinterfragend. Und mit dem Mars ebenfalls im Skorpion natürlich auch ehrgeizig. Genau, so ein bisschen Kontrolle ist da mit drin. Man möchte die Dinge im Griff behalten, die Dinge nicht aus der Hand geben. Das kann aber bisweilen schwierig sein. Es kann zu Dissonanzen führen, genauso wie mit Venus in der Jungfrau, was eben auch Verlässlichkeit bedeutet, aber auch so ein bisschen Kontrolle ausüben wollen. Man will die Fäden im Griff haben, passt zur Energie Skorpion, aber macht es nicht besser, sondern vielleicht noch ein bisschen kritischer. Deswegen nicht zu viel Kontrolle, lieber ein bisschen Spontanität und auch ein bisschen Flexibilität auf die Dinge, die Situation einzugehen. Wir haben den Pluto im Steinbock vorläufig, ohne Weile, bedeutet eben Macht und Ohnmachtthemen können wichtig sein, aber es geht um Verlässlichkeit und langfristige Planungen, auch mit dem rückläufigen Jupiter und dem rückläufigen Uranus im Stier. Also durchaus auch Erdenergien, Pragmatismus, gefühlsmäßig Neptun in den Fischen und das bedeutet eben auch manchmal so ein bisschen Verwirrung, Irritation, aber auch natürlich Einfühlungsvermögen. Der rückläufige Saturn in den Fischen möchte, dass wir uns eben auch selbst an die eigene Nase fassen. Also nicht immer die Dinge aus der Perspektive des Beobachters anderer gegenüber sehen, sondern dass wir mal bei uns vor der eigenen Haustüre schauen, na wie ist es denn da so und was kann ich da verbessern? Denn letztendlich kann man durch das eigene Vorbild sozusagen auch viel bewegen, wenn man sich darum kümmert. Schauen wir uns jetzt an, was wir heute in den Karten haben und natürlich ab heute Abend 20 vor 10, der Mond im Schützen weckt natürlich Optimismus. Also bis gleich. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Widder. Wir sind bei Dienstag, 17. Oktober 2023. Weiterhin haben wir Sonne und Merkur in der Waage. Wir haben den Mond im Skorpion, allerdings nur bis ungefähr 20 vor 10 heute Abend. Dann wechselt der Mond in den Schützen. Aber tagsüber, wie gesagt, haben wir noch die skorpionische Energie, die liegt ja auch im Mars vor. Also ein bisschen zurückhaltend, vielleicht auch ein bisschen misstrauisch, auch negative Gedanken können aufkommen. Wir haben Venus weiterhin in der Jungfrau. Da ist eben auch Reglementierung drin, Kritikfreude und dass man sich natürlich an Abwachungen halten sollte. Im finanziellen Bereich ist die Kontrolle gut, im privaten und zwischenmenschlichen natürlich nicht. Wir haben weiterhin auch Pluto im Steinbock, Macht- und Ohnmachtthemen. Wir haben rückläufig den Jupiter und Uranus im Stier. Neptun in den Fischen machtsensitiv und das kann nicht schaden, sich auch von gegenüber einstellen. Und natürlich den rückläufigen Saturn. Was hast du gelernt? Wie gehst du mit dir selbst um? Was möchtest du noch bereinigen, verbessern? Wir schauen uns das mal an, was wir für den wir da heute haben. Erkenntnisse, Wissen, Know-how, Dinge klären, besprechen, Gedanken, Disziplin. Also da ist die Überlegung da, wie ich die Dinge umsetzen kann, wie ich eben auch mit Disziplin und Wissen und Know-how und wahrscheinlich auch nicht alleine versuche, Dinge zu realisieren. Wir haben die Liebenden. Da ist eine Entscheidung auch aus dem Gefühlsbereich. Was fühlt sich gut an? Was ist für mich wichtig? Als Widder bist du natürlich jemand, der nicht nur für sich alleine entscheidet, sondern vielleicht auch im Kollektiv, in Partnerschaft oder eben auch in Kollegen. Ich würde aber, wie gesagt, mein Wissen mit den anderen teilen und dann eben auch schauen, was die so beisteuern können. Da haben wir die drei der Münzen. Also gemeinsam an den Zielen arbeiten, sich damit einbringen dürfen auch. Es ist ja nicht nur einer, der die Dinge entscheidet, sondern das geht am besten im Team. Und jeder hat meistens auch immer irgendwas beizutragen, worauf der oder die anderen nicht gekommen sind. Also von daher, ich denke mal im engeren Bereich oder im Freundeskreis oder Familie oder Partnerschaft eben, aber auch natürlich im Kollegenkreis, muss man eben das Wissen, das Know-how, was alle haben, mit einbringen, diszipliniert an dem Arbeiten, was alle möchten. Vielleicht macht man da, wenn es viele sind, auch eine Abstimmung, wofür eben demokratisch gestimmt wird, was wir machen wollen, wie wir da vorgehen. Und ich glaube, dass das eben dann auch jeden motiviert, mit Freude mitzuwirken. Also nicht nur Handlanger zu sein, sondern eben auch wirklich auch die Risiken zu sehen und die Möglichkeiten, die diese Erkenntnis bietet. Vielleicht auch untereinander sich besser kennenzulernen, sich besser aufeinander einzustellen, um das zu realisieren, was beide Seiten oder alle drei, es können ja auch mehrere sein, erreichen wollen. Also gute Gespräche heute können stattfinden, man kommt sich näher insofern, dass man nach Lösungen sucht und das ist großartig. Viel Erfolg dabei, wir sehen uns, wenn du magst, morgen wieder. Herzliches Willkommen, mein lieber Stier, wir sind bei Dienstag, 17. Oktober 2023, weiterhin die Sonne und den Merkur in der Waage, den Mond im Skorpion und auch den Mars im Skorpion. Wir haben diplomatische Energie, damit kommst du zurecht. Wir haben etwas hintergründige oder vielleicht auch negativ denkende Energie mit Mond und Mars im Skorpion. Kann auch sein, dass andere sehr zugeknöpft oder sehr eigensinnig sind. Ehrgeiz ist groß, ja, wir haben auch Pluto im Steinbock, der dich natürlich unterstützt, aber du kennst, dass Macht- und Ohnmachtthemen können auch unangenehm werden. Und da sollte man sich einfühlen mit Neptun in den Fischen vielleicht auch. Du hast auch den Jupiter-Uranus rückläufig in deinem Zeichen, dass man nochmal überlegt, wie die Dinge waren, was man weiterverwenden sollte oder wie man vorgehen kann. Vielleicht auch was Neues ausprobieren und so. Ich denke mal, es geht darum, sich aufeinander einzustellen und gemeinsam Lösungen zu finden. Eben auch zu überlegen, wo du hin möchtest. Mit Saturn rückläufig in den Fischen, wo fühle ich mich hingezogen? Was möchte ich? Was habe ich erlebt? Und was möchte ich ändern? Natürlich. Wir haben die Venus in der Jungfrau. Da ist gute Verlässlichkeit drin, auch finanziell, was dir natürlich als Stier auch sehr am Herzen liegt. Wir haben natürlich auch ein bisschen den Kontrollwunsch. Das solltest du als Stier ein bisschen unterdrücken, weil Kontrolle ist nur, sage ich mal, im sachlichen oder finanziellen Bereich möglich, nicht im Zwischenmenschlichen. Da muss man sich ein kleines bisschen mehr öffnen und aufeinander einlassen und einstellen, würde ich sagen. So, was haben wir jetzt für den Stier? Zehn der Münzen. Stabilität und Sicherheit. Also du fühlst dich auch sehr sicher, auch in den Beziehungen, im Vorankommen. Du hast Unterstützung, ja, du fühlst dich eben auch, ich sage mal, in der Karriere wohl, in dem, was du tust. Wir haben hier die Zurückhaltung. Du gehst damit nicht hausieren oder du teilst das vielleicht auch nicht jedem so mit. Zurückhaltung ist vielleicht auch insofern angebracht, dass man nicht voreilig Entscheidungen trifft, bevor man eben nicht auch weiß, was die anderen wollen. Und da haben wir eben gute Gespräche. Der Austausch findet statt. Ganz entspannt, ganz relaxed, ja. Und man hört sich auch einfach mal an, was so der andere oder die anderen wollen, wo sie hinwollen und Disziplin. Das bedeutet, man stimmt sich auch hier darüber ab, wie können wir das realisieren? Wie können wir uns gegenseitig unterstützen? Was möchte jeder? Und wie können wir die Stabilität und Sicherheit, die wir schon haben, auch weiterhin sichern? Also aufrechterhalten, wie können wir da für uns einsetzen? Und wer hat was oder wer kann was zum Beispiel auch? Es gibt ja immer Leute, die haben unterschiedliche Talente und Möglichkeiten und die kann man zusammenbringen, um sich gut zu ergänzen. Und ich denke, das ist sowohl im Job als auch privat natürlich ein Gewinn. Und dazu musst du als Stier natürlich auch offen sein, Vorschläge anderer anzunehmen, zu überlegen und dich auch mit anderen auf Kompromisse zu einigen. Da bist du jetzt, wie gesagt, hier noch ein bisschen unentschlossen, aber vielleicht kommst du dadurch auf gute Lösungen im Zusammenspiel mit deinen Mitmenschen. Viel Erfolg heute und wir sehen uns, wenn du magst, morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Zwillinge. Wir sind bei Dienstag, 17. Oktober 2023. Wir haben die Sonne und den Merkur in der Waage, was natürlich toll ist für dich. Mit dem Mond und dem Mars in Skorpion ist das schwieriger. Also auf der einen Seite hast du natürlich gute Kommunikation, Diplomatie, Einfühlungsvermögen. Auf der anderen Seite hast du eben auch Ehrgeiz, Kontrolle und natürlich mit Venus in Jungfrau auch die Verlässlichkeit, die Genauigkeit. Alles, was falsch läuft, wird dann an die große Glocke gehängt. Ist schwierig, ja. Vorsicht ist geboten, auch mit Neptun in den Fischen, der dir den Gesamtüberblick ein Stück weit verwehrt und wo du vielleicht auch fehlgeleitet werden kannst. Also nicht so wirklich dich einbinden solltest, sondern erstmal dich an die Fakten halten solltest. Wir haben Pluto im Steinbock vorläufig. Bedeutet eben auch, Macht und Ohnmacht können da eine Rolle spielen. Gerade wenn was schief läuft oder so, dann haben wir rückläufig Jupiter und Uranus im Stier. Viele Veränderungen und Dinge, die gut waren, beibehalten oder je nachdem, was man für sich da auch entscheidet, wo man hin möchte. Saturn in den Fischen, wie fühlst du dich, was brauchst du, wo musst du selber auch vielleicht noch Hand anlegen und was für dich und mit dir selber auch verändern. Auch das ist wichtig zu erkennen. Sich ruhig Zeit lassen, wir brauchen Geduld. Es geht nichts mal eben so zwischen Tür und Angel. Schauen wir mal, was wir haben mit Venus in Jungfrau natürlich auch. Das ist eben auch sehr viel Ehrgeiz und sehr viel Ellenbogenmentalität. Da muss man ein bisschen Acht geben. Wir haben die Fünf der Stäbe. Du fühlst dich vielleicht auch so ein bisschen in eine Ecke gedrängt oder vielleicht auch im Wettbewerb mit jemandem. Bleibe ruhig, bleibe entspannt. Schau dir die Dinge genauer an. Überlege, bevor du etwas machst oder sprich halt auch mit deinen Verbündeten, sage ich jetzt mal. Neun der Kelche, Wunscherfüllung. Du hast natürlich auch Wünsche und Gefühle, wo du hin möchtest. Du brauchst eben auch, du fühlst dich jetzt momentan, glaube ich, ein bisschen unter Druck. Da ist es wichtig, genügend Pausen einzulegen, um nichts Unüberlegtes zu tun. Gefühlsmäßig hast du mit der Ruhepriesterin auch das Wissen darum, wo jetzt momentan vielleicht auch die Gefahrenzonen sind oder wo du dich, wenn du nicht aufpasst, ins Fettnäpfchen setzen könntest. Hier die vier der Schwerter ist eben auch Ruhephase, aber sind auch Gedanken und Gespräche. Und das ist wichtig, dass du in aller Ruhe eben auch dich mit den Leuten abstimmst, die dir dabei helfen können, den richtigen Weg zu finden, wie du jetzt mit der Situation auch umgehen kannst. Ich denke, es ist auch Unterstützung. Es ist auch Mut machen. Es ist sich gefühlsmäßig einlassen. Vielleicht bist du auch gefühlsmäßig irritiert, unsicher oder hast Angst sogar. Dann ist es umso wichtiger, dich mit anderen zu verbinden und da eben auch die Unterstützung zu suchen und auch ruhig einen Rat einzuholen und sich da nicht jetzt kopflos in irgendwas zu stürzen oder ganz schnell irgendwas zu entscheiden. Besser ist es, da Rücksprache zu halten, denn du bist sehr nervös und mit dem Neptun in den Fischen kannst du sehr schnell, sagen wir mal, einem Angebot auf den Leim gehen, was nicht wirklich gut ist. Also abstimmen, überlegen, langsam machen. Viel Erfolg dabei. Wir sehen uns, wenn du magst, morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Krebs. Wir sind heute bei Dienstag, 17. Oktober 2023, weiterhin mit Sonne und Merkur in der Waage. Diplomatisch, harmonisierend, aber eben für dich gefühlt oberflächlich. Der Mond ist im Skorpion und der Mars ist im Skorpion. Beides ist natürlich Wasserenergie, stärkt deine Sensitivität, auch dein Durchsetzungsvermögen, aber eben auch die negativen Gedanken und Gefühlsaufwallungen. Da solltest du Acht geben, dass du dich davon nicht davontragen lässt. Denn wir haben auch Venus in der Jungfrau. Da geht es um Verlässlichkeit, Routine, Alltag, Planung und auch natürlich um das Thema Kontrolle. Das haben wir im Skorpionischen drin, als auch in der Jungfrauenergie. Kann bedeuten, dass man versucht, Dinge zu forcieren, in eine bestimmte Richtung zu drängen. Das solltest du nicht tun. Im sachlichen, fachlichen oder finanziellen Bereich ist das durchaus möglich. Da kann man damit punkten, aber nicht im Gefühlsbereich. Das wirst du auch wissen. Du bist intuitiv, du wirst merken, dass sich jemand nicht zu irgendwas überreden oder hindrängen lässt. Wir haben Neptun in den Fischen. Natürlich hat man Wunschvorstellungen, Dinge, die man erreichen möchte. Kann man auch, aber man braucht einen langen Atem. Da hilft wieder skorpionische Energie, aber auch Geduld im Sinne von, ich kann das jetzt nicht beeinflussen. Wir haben Saturn in den Fischen. Du wirst wissen, wo du Einfluss hast und wo nicht und wo du lieber auch vorsichtig vorgehst und nicht versuchst, mit Macht und Ohnmacht, mit Pluto und Steinbock, Macht auszuüben. Das könnte nämlich wie ein Bumerang zurückkommen. Ja, Jupiter und Uranus im Stier rückläufig. Rückbezug auf die Dinge, die man erlebt oder durchgeführt hat auch. Einfach mal schauen, wie bin ich damit umgegangen und wie geht es mir mit Saturn in den Fischen? Wie fühle ich mich? Was möchte ich erreichen? Und wo kann ich aus meiner Warte noch was verbessern? Wir haben für den Krebs den Mond. Da ist etwas, was dich bekümmert, etwas, was sich beschäftigt. Da haben wir die Ausgewogenheit, Ausgeglichenheit, Gefühl und Intellekt in Einklang bringen. Und wir haben den Eremiten. Das ist nämlich die Jungfrauenergie, die versucht, diesen Zustand herzustellen, in dem vielleicht die Gefühle so ein bisschen unterdrückt werden oder beiseite geschoben werden. Das wäre nicht gut. Du solltest da eben dafür sorgen, dass du diesen Ausgleich schaffst, auch wenn dich etwas beschäftigt. Wir haben die Liebenden, bedeutet, wo möchtest du eigentlich hin als Krebs? Ja, was ist dein Ziel, gefühlsmäßig wie auch fachlich? Und was stört? Was ist das, was dir Angst macht, was du befürchtest? Ja, wie bekommst du das in Einklang? Durch Überlegung und natürlich Ratio, also Rationalität. Eben nicht nur durch Gefühl. Deine Intuition leitet dich, aber du kannst dich nicht nur auf sie besinnen. Du musst ja auch schauen, was passiert in meiner Umgebung? Wie sind die Leute unterwegs? Kann ich das jetzt anbringen oder nicht? Soll ich dir jetzt darüber reden oder nicht? Das ist mit Vorsicht zu genießen, aber versuche eben mit dir selber erst mal so weit in Einklang zu sein, dass du das gut abschätzen kannst. Und dann kannst du das durchaus langsam beginnen, die Klärung hier, wo du hin willst. Ich wünsche dir dabei gutes Gelingen, viel Erfolg. Wir sehen uns, wenn du magst, morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Löwe. Wir sind heute bei Dienstag, 17. Oktober 2023. Sonne und Merkur weiterhin in der Waage unterstützen dich, erhöhen natürlich auch deine Ansprüche. Wir haben den Mond im Skorpion und wir haben auch den Mars im Skorpion. Das ist eine sehr nachdenkliche, manchmal auch negative Energie, ehrgeizig, auch manchmal ein bisschen voller Groll oder negativ denkend. Da sollte man Acht geben. Ab 20 vor 10 wechselt der Mond, aber tagsüber ist halt eben noch der Skorpion-Mond aktiv. Später wird dann der Mond in den Schützen wechseln. Wir haben natürlich Erdenergie. Pluto im Freienburg, Macht- und Ohnmacht-Themen können auch bei dir eine Rolle spielen natürlich. Wir haben Neptun in den Fischen, gefühlvoll, sensitiv, sich auf die Situation, die Mitmenschen stückweit einstellen, kann sehr hilfreich sein. Der rückläufige Saturn befragt dich auch immer selbst. Hast du aus gewissen Lektionen was gelernt? Wie gehst du mit dir selber um und was möchtest du noch ändern? Die Rückläufigkeit, Jupiter und Uranus im Stier auch. Der Rückblick, welche Veränderungen waren gut oder nicht so gut? Was kann ich noch tun, um die Dinge für mich besser zu gestalten? Und ja, es geht darum, eben nicht zu übertreiben und mit dem übermäßigen Ehrgeiz in Skorpion und auch in Jungfrau und auch dem Kontrollwunsch, nicht zu versuchen, andere irgendwo hinzutreiben und sich natürlich selber auch nicht manipulieren zu lassen. Was haben wir heute für den Löwen? Kleine Schritte, mach langsam. Eins nach dem anderen. Da sind deine gemachten Erfahrungen, die Zehn der Schwerter. Wie bist du da bisher mit umgegangen? Was konntest du verwerten oder was kannst du jetzt verwerten an diesen Erfahrungen, ob sie gut oder schlecht waren? Und beobachte, was um dich herum geschieht. Wie gehen die anderen mit Dingen um? Wie reagieren sie? Wie sind sie unterwegs? Ich sagte ja so ein bisschen auf die Energien der anderen einstellen. Sind die gut unterwegs? Geht denen gut oder nicht so gut? Das beeinflusst natürlich auch immer unsere Entscheidungen. Deswegen können wir Gefühle nicht außen vor lassen. Strategie ist wichtig. Drei der Stäbe. Ich überlege mir vorher, bevor ich etwas tue oder sage, welche Konsequenzen könnte das haben? Und wenn das jetzt, sagen wir mal, eine Konsequenz wäre, wo ich sage, das will ich nicht riskieren, dann würde ich das auch nicht anbringen. Man kann sich ja langsam mit kleinen Schritten vortasten. Man muss ja nicht direkt mit der Tür ins Haus fallen. Aber ich glaube, wichtig ist, dass du sehr besonnen, sehr langsam und sehr überlegt vorgehst. Und dass du eben auch schaust, was um dich herum geschieht. Du bist also mehr so der Beobachter und schaust dir an, was so möglich wäre vielleicht und überlegst dann, was kann ich jetzt umsetzen und was wäre schwieriger oder vielleicht sogar unmöglich. Also es geht durchaus darum, nicht zu hastig und nicht zu selbstgerecht vorzugehen und eben auch das, was um einen herum geschieht, erst mal zu beleuchten, zu analysieren. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg, gutes Gelingen. Wir sehen uns, wenn du magst, morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Jungfrau. Wir sind heute bei Dienstag, 17. Oktober 2023, mit Sonne und Merkur weiterhin in der Waage. Scham, energetisch, diplomatisch kann man natürlich gut vorankommen, ist jetzt nicht so unbedingt deine Lieblingsenergie. Die skorpionische Energie im Mond ist da schon eher dein Fall, ehrgeizig, nachforschend, hinterfragend. Und das kann auch dazu führen, dass du vielleicht auch als Jungfrau ein bisschen zu kritisch daherkommst oder eben zu ehrgeizig wirst und alles vielleicht auch selber machen willst. Wir haben auch die Venus im eigenen Zeichen. Du kannst das sachlich und fachlich oder auch in Finanzen natürlich durchziehen. Im zwischenmenschlichen Bereich wirst du damit scheitern, weil das funktioniert leider nicht. Da muss man sich schon ein bisschen auf die Mitmenschen einstellen. Mit Neptun in den Fischen ist das äußerst schwierig für dich als Jungfrau. Das irritiert immer, bringt dich eher so in Zweifel oder in Rückhalt, dass du eben erst mal gucken möchtest, ob das so richtig ist. Wir haben natürlich, dass du viel erreichen kannst im Job. Wir haben auch Pluto im Steinbock, der dich unterstützt, die Rückläufigkeiten von Jupiter und Uranus im Stier. Ja, du kannst darauf zurückgreifen und zurückblicken. Du darfst diesen Aspekt der zwischenmenschlichen Dinge natürlich nicht außer Acht lassen. Der Saturn in den Fischen ist ja auch sozusagen ein bisschen deine Erinnerung daran, was ist gut gelaufen, also wo habe ich mich da auch richtig eingesetzt und was hat sich nicht bewährt und wie kann ich mit diesen gemachten Erfahrungen, ja, welche Konsequenzen ziehe ich daraus, wie gehe ich damit um. Und das wollen wir uns natürlich mal anschauen. Wir haben 20 vor 10 dann den Wechsel des Mondes, aber erst mal so tagsüber haben wir den Mond, den Skorpion. Und das kann natürlich auch so ein bisschen negativ eingestellt machen. Wir haben hier den Ritter der Stäbe. Also ich glaube, dass du gut vorankommst, auch viel Erfolg hast und auch was riskieren kannst. Der Ritter der Münzen sagt dir, du solltest aber Geduld haben. Du musst dich in Geduld üben, denn wenn du jetzt irgendwie zu viel riskierst oder vielleicht auch deine Kompetenzen, sage ich mal, überschreitest oder so, dann machst du mehr kaputt, als dass du erreichst. Also gilt es natürlich da genauer hinzuschauen. König der Kelche ist auch die skorpionische Energie ein bisschen zurückhaltend, zugeknöpft, ja, auch ein bisschen natürlich abwägend, aber auch feinfühlend. Also nicht über andere hinweg, nicht zu dramatisch oder zu provokativ vorzugehen, sondern das ruhige Gespräch zu suchen. Sechs der Schwerter ist entspannte Diskussion, entspannte Gespräche, ja. Dabei ist man fürsorglich entgegenkommt. Das reicht auch, wenn man manchmal nur zuhört. Man muss jetzt nicht immer was Gutes sagen oder so. Wenn man sich einfach mal anhört, was andere zu sagen haben. Diese Geduld macht sich bezahlt und man kann durch vielleicht auch Impulse anderer Lösungen finden und weiß dann, wie viel man riskieren kann und wo man lieber die Finger davon lässt. Also ein bisschen Einfühlungsvermögen, Ruhe, Gelassenheit und eben nicht das Gefühl, ich muss jetzt auftrumpfen, ich muss die anderen zu etwas bringen, was sie eigentlich nicht wollen. Hier bist du eben sehr entspannt und das ist gut so. Ich wünsche dir viel Erfolg. Wir sehen uns, wenn du magst, morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Waage. Wir sind bei Dienstag, 17. Oktober 2023. Wir haben die Sonne und den Merkur in der Waage. Wir haben den Mond im Skorpion. Der wechselt zwar 20 vor 10 heute Abend, aber tagsüber ist er durchaus noch wirksam. Und natürlich auch Mars in Skorpion. Die Skorpionische Energie ist sehr hinterfragend, auch misstrauisch. Negative Gedanken können überwiegen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Die überwiegen ja nicht nur bei dir, sondern auch bei den anderen. Man sollte sehr vorsichtig vorgehen. Und auch mit der Venus in Jungfrau haben wir eine sehr kritische Energie. Also kritisch im Sinne von, man schaut auf die Fehler. Und wenn jemand jetzt zu spät kommt oder so, wird das richtig aufgepusht. Wir haben natürlich da auch Verlässlichkeit drin, gute Planung. Aber im zwischenmenschlichen Bereich ist diese Kontrolle nicht angebracht. Auch für die skorpionische Energie nicht. Im Finanziellen und so ist es natürlich gut. Da kann man sich darauf verlassen. Aber wie gesagt, zwischenmenschlich sollte man offen sein und flexibel auf das, was einem begegnet. Wir haben Neptun in den Fischen. Einfühlungsvermögen ist da. Ah ja, wir haben auch den rückläufigen Saturn. Achte auf dich selbst, auf das, was du verbessern kannst für dich. Und natürlich auch im Außen, was du auch möchtest natürlich. Und wir haben rückläufig den Jupiter und den Uranus im Stier. Das sind auch der Rückblick auf die Dinge, die in der Vergangenheit so passiert sind. Und wo man sich bewährt hat und wo es nicht so gut geklappt hat. Wir haben ja auch Pluto im Steinbock vorläufig. Und das ist eben auch Macht und Ohnmacht, dem können eine Rolle spielen. Dein Charme und dein Entgegenkommen können dabei natürlich auch mithelfen, die Dinge voranzubringen. Aber man sollte sich nicht überschätzen. Und man sollte natürlich auch nicht, ich sag jetzt mal, versuchen zu manipulieren. Wir haben kleine Schritte. Der Page der Münzen für die Waage. Langsam machen. Zurückhaltend sein. Zwei der Schwerter, noch keine Entscheidung treffen. Und das Team. Also es geht auch in Bezug auf das Team, dass man nicht zu voreilig beurteilen sollte. Sondern erst mal schauen sollte, wie sich die Dinge entwickeln. Und vielleicht ist es auch so, dass in Zusammenarbeit mit anderen, ob das jetzt Partner, Familie, Kollegen, Freunde sind, dass man da auf neue Ideen kommt. Denn wir haben die Acht der Kälte. Ich glaube, dass die Richtung, in die du dann gehst oder für die du dich dann mit anderen zusammen entscheidest, eine andere ist, als die, die du zum Beginn des Tages überlegt hast. Aber das muss nicht schlecht sein. Du bist ja auch, ich sag mal, kommunikativ auch in der Lage, dich auf Neues einzustellen. Und eben auch flexibel zu reagieren. Und deswegen mach langsam. Hab keine vorgefertigte Meinung oder Vorgaben. Pass dich ein Stück weit an. Und arbeite mit anderen zusammen. Und schau mal, was dabei rauskommt. Das ist so ein bisschen ins Blaue hineingehen. Aber es kann durchaus sehr, ich sag mal, beflügelnd sein. Also man kommt auf neue Ideen. Eine gewisse Offenheit. Und ich weiß noch nicht, was draus wird. Aber wir schauen mal, ist heute so die Devise des Tages für die Waage. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg. Wir sehen uns, wenn du magst, morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Skorpion. Wir sind heute bei Dienstag, 17. Oktober 2023. Sonne und Merkur weiterhin in der Waage. Der Mond ist bis 20 vor 10 noch im Skorpion. Wechselt dann nachher in den Schützen. Ist aber, ich sag mal, für den ganzen Tag jetzt so nicht wirklich relevant. Aber Mars ist ja auch im Skorpion. Das heißt, deine Energie ist sehr stark vertreten. Du kannst sehr gut vorankommen. Solltest aber natürlich diese negativen Gedanken, ich sag mal, einschränken. Also nicht zu sehr überhand nehmen lassen. Schon offen bleiben auch für das, was von außen kommt. Sensitivität ist mit Neptun in den Fischen vorhanden und auch mit rückläufigem Saturn in den Fischen. Ein bisschen schwieriger ist die Energie mit der Venus in der Jungfrau. Die Erdenergie bringt dich nach vorn, macht dich natürlich weiterhin ehrgeizig und verlässlich. Aber im zwischenmenschlichen Bereich kann sie dich auch überkritisch machen. Und da solltest du dann, sagen wir mal, so ein bisschen deine Kritik im Zaum erhalten oder eben nur, wenn es wirklich angebracht ist, rauslassen. Ich denke mal, wie gesagt, die Energie ist ja für alle etwas, sagen wir mal, negativ. Und das kann dann schnell in Breit oder in Unmesslichkeiten münden. Das wollen wir ja eigentlich nicht. Aber das ist natürlich von Situation zu Situation zu entscheiden. Wir haben den Pluto im Steinbock vorläufig. Macht und Ohnmacht. Dem spielen eine große Rolle. Beflügeln dich, lassen dich durchstarten. Aber bitte nicht mit Ellenbogen angespitzt, sondern mit Freundlichkeit entgegenkommen und auch Verständnis und Toleranz für andere. Das wäre so mein Wunsch. Rückblickend, ja, Jupiter, Uranus, die Dinge, die man verbessern kann und die man vielleicht auch gelernt hat oder aus denen man die richtigen Schlüsse zieht. Was haben wir für den Skorpion? Langsam machen. Das Ast der Münzen, wir hatten ja den Neumond, ein Neubeginn in Sicherheit und Stabilität, auch im Beziehungsbereich. Das bedeutet eben auch, dass man sich sicher fühlt, es könnte ein Neubeginn sein in einer Beziehung, auch vielleicht für eine Sache, für die du dich begeisterst. Natürlich möchte man kennenlernen, die Sache oder die Person kennenlernen. Erstmal lass dir Zeit, neue Wege gehen, sich öffnen für neue Möglichkeiten in allen Bereichen. Und sich natürlich nicht, sagen wir mal, von dem Impuls, ich will jetzt was Tolles erleben, forttragen zu lassen, sondern planvoll vorgehen. Nicht mit Kontrolle. Planvoll vorgehen heißt, ich gehe da langsam rein. Ich bin mit Gefühl dabei. Ich öffne mich neuen Möglichkeiten. Und ich bleibe diszipliniert. Das bedeutet, ich versuche jetzt nicht, irgendwas zu forcieren, was ich mir vorstelle, sondern ich lasse die Dinge sich auf natürliche Weise im Gefühlsbereich entwickeln. Das erfordert natürlich auch von dir als Skorpion so ein bisschen Disziplin im Bereich, ja, ich bin jetzt vielleicht für die Sache total begeistert, möchte voll einsteigen, aber ich muss mich ein bisschen zurückhalten, damit die Dinge eben sich vernünftig entwickeln und nicht Überhand nehmen und einfach Dinge ausgelassen werden. Also es geht schon darum, dass man da langsam bedächtig vorgeht, auch wenn sehr viel Gefühl im Spiel ist. Du hast das im Griff, ich weiß es. Und mit der Venus in der Jungfrau gehst du da sehr zielgerichtet vor und lässt dich nicht davon tragen. Sehr gut. Viel Erfolg dabei. Wir sehen uns, wenn du magst, morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Schütze. Wir sind bei Dienstag, 17. Oktober 2023. Wir haben die Sonne und den Merkur weiterhin in der Waage. Der Mond befindet sich im Skorpion, genauso wie im Mars. Skorpionische Energie ist so ein bisschen negative Gedanken. Alles hinterfragen, unsicher sein, vielleicht auch genauer hinschauen, was nicht schlecht ist. Aber man kann dahingehend natürlich übertreiben. Die Waage Energie ist natürlich gut für dich. Gute Kommunikation, Ausgeglichenheit, Diplomatie. Das kann nicht schaden. Schwierig ist es dann wiederum mit Neptun in den Fischen, der so ein bisschen den Blick fürs Wesentliche verwirrt oder vielleicht auch ein bisschen vernebelt. Man sollte aufpassen, vorsichtig vorgehen. Nicht zu hastig natürlich. Wir haben mit der Skorpionischen Energie eben auch negative Gedanken. Und das, was wir denken, manifestieren wir. Also achte darauf, nicht zu negativ zu sein. Wir haben den Pluto im Steinbock vorläufig. Macht und Ohnmacht Themen können vorkommen, können natürlich etwas Wichtiges bedeuten. Je nachdem. Die Situation muss genau betrachtet werden. Wir haben dann die Venus in Jungfrau. Jungfrauenergie ist auch nicht etwas, womit du gut zurechtkommst. Es geht um Zuverlässigkeit, dranbleiben, die Dinge regeln, gut vorbereitet sein. Das kann im Finanziellen und auch im Sachlichen gut sein. Im Zwischenmenschlichen funktioniert das nicht so gut, zumal wir da auch kritische Energien haben. Also, dass man sehr leicht kritisch reagiert oder agiert. Mit der Skorpionenergie zusammen kann das eben dazu führen, dass man einfach alles zu schwarz sieht. Dann musst du deinen Optimismus beflügeln. Wir haben rückläufig Jupiter und Uranus im Stier. Rückläufig bedeutet immer Rückblick. Schauen, was gut funktioniert hat. Natürlich auch in Bezug auf deine eigenen Erfahrungen. Der rückläufige Saturn in den Fischen, der möchte ja auch, dass du darauf achtest, wie du dich fühlst. Ob du deine eigenen Ressourcen nutzt, beziehungsweise deine Erfahrungen auch umsetzt in neue mögliche Perspektiven. Wir schauen uns an, was wir am heutigen Dienstag für dich haben. Ja, Nervosität, Unruhe, vielleicht auch ein bisschen fahrig, Unkonzentriertheit, gerade so im Job auch, vielleicht auch Wettbewerbsgedanken und Verantwortung. Also, du bist dir der Verantwortung, die du trägst, schon bewusst. Du solltest auch schauen, dass du eben auf diese Wettbewerbssituation nicht überreagierst, sondern eben genau in Ruhe Erdenergie schaust, was zu tun ist, was anliegt und dich nicht selber versuchst, da irgendwie zu befügeln im Sinne von, ich mache jetzt mehr, sondern kümmere dich um das, was wirklich ansteht. Auch gefühlsmäßig natürlich Verantwortung tragen bedeutet Wissen, was jetzt wirklich zu tun ist. Wir haben Veränderung, Transformation kann bedeuten, dass sich etwas ändert in Bezug auf Verantwortung. Entweder gehst du neue Verantwortung ein oder es wird dir was auferlegt. Auf erlegt, das kann auch sein. Wichtig ist, dass du dich davon nicht verrückt machen lässt und auch nicht denkst, du müsstest jetzt, wer weiß was, bewerkstelligen. Bleib auf dem Teppich und mache bitte eins nach dem anderen. Geduld ist wichtig, das Gesamtbild ist dir noch nicht klar. Du bist flexibel als Schütze und der Mond wechselt heute Abend ja auch 20 vor 10 etwa in dein Zeichen und gibt dir die Kraft und den Optimismus, den du brauchst. Viel Erfolg, wir sehen uns, wenn du magst, morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Steinbock. Wir sind Freidienstag, 17. Oktober 2023. Wir haben die Sonne und den Merkur in der Waage. Der Mond befindet sich im Skorpion und auch der Mars ist im Skorpion. Waageenergie ist diplomatisch, friedenstiftend natürlich, charmant. Die skorpionische Energie ist eher negativ eingestellt, misstrauisch und hinterfragend. Wobei hinterfragen nicht immer schlecht sein muss, aber eben es kann so ein bisschen in die negative Ecke rücken. Pass auf, dass du dich nicht zu negativ auf Dinge oder Menschen einstellst. Wir haben den Pluto im eigenen Zeichen. Macht und Ohnmacht Themen können eine wichtige Rolle spielen. Und auch da sollte man nicht zu sehr in die negative Ecke rücken. Wir haben den Neptun in den Fischen, der eben Sensitivität auch mit reinbringt. Das ist wichtig, sich auf die Energien der anderen Menschen einzustellen und nicht, wie gesagt, nur das Schlimmste anzunehmen. Die Venus in der Jungfrau macht zuverlässig, auch gut planbar, ist eben auch sehr pragmatisch, wie eben auch deine Energie. Man kann gut vorbereiten, ist gut gewappnet, auch für das Alltägliche. Aber im Gefühlsbereich kann Kontrolle oder zu kritikfreudig zu sein, eher schaden als nützen. Also ist Sensitivität eben auch wichtig. Rückläufig haben wir Jupiter und Uranus im Stier, die eben auf gemachte Erfahrungen und Dinge hinweisen, die man entweder wieder aufleben lässt oder wo man eben Veränderungen vornehmen kann. Dann haben wir natürlich auch noch den rückläufigen Saturn in den Fischen. Eben auch auf seine eigene Gefühlswelt achten und auf die Dinge, die einen bewegen oder die man eben aus der Welt schaffen möchte. Das sollte man auch weiterhin versuchen. Der Mond wechselt gegen 20 vor 10 in den Schützen, ist also für heute Abend oder morgen dann eben eine etwas, ja, ich sag mal optimistische Energie. Was haben wir heute für den Steinbock? Die drei der Schwerter, Enttäuschung, es kann was schief gehen, du bist enttäuscht oder eben auch von Grund auf negativ eingestellt. Das ist vielleicht die skorpionische Energie. Mit der hohe Priesterin, Sensitivität, Einfühlungsvermögen, das bedeutet aber auch, dass du genau weißt, woher diese Gefühle kommen, warum sie da sind und was du auch dagegen tun kannst. Du hast eine solide Basis Sicherheit und Stabilität mit den vier der Stäbe und deswegen ist es wichtig, dass du dich mit dieser Sicherheit und Stabilität, dem richtigen Background, eben darum kümmerst. Diese Dinge, die dir entweder Schmerz, Frust oder irgendwie Zorn oder so heraufbeschwören, dass du daran arbeitest. Wir haben die Zehen der Kelche. Da ist ganz viel Liebe, ganz viel Gefühl drin. Das kann natürlich auch die Liebe eines Partners, einer Partnerin sein oder eben auch, dass du, was du tust, gerne machst, liebst, also voll darin aufgehst. Also kümmere dich um das Positive. Schaffe das Negative aus der Welt beziehungsweise ziehe aus dem Negativen das Positive. Denn alles, was nicht gut läuft, ist immer ein Hinweis darauf, ich kann es besser machen. Ich kann da mehr bewegen. Und darum kannst du dich liebevoll auf das konzentrieren, was dir Sicherheit und Stabilität gibt. Und das kann vieles sein. Viel Erfolg dabei, gutes Gelingen. Wir sehen uns, wenn du magst, morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Wassermann. Wir sind bei Dienstag, 17. Oktober 2023. Die Sonne und der Merkur sind in der Waage, was dich beflügelt, charmant macht, diplomatisch und entgegenkommt, kommunikativ. Der Mond ist im Skorpion. Auch der Mars ist im Skorpion. Man geht also an die Dinge eher mit, ich sag mal, Zurückhaltung ran. Oder man möchte es genauer wissen. Man möchte auch eine gewisse Kontrolle ausüben. Das ist riskant, solange das zwischenmenschlich ist. Im sachlichen oder finanziellen Bereich ist das okay. Wir haben ja auch die Venus in der Jungfrau. Gut geplant, gut vorbereitet, kann man da große Erfolge erzielen. Auch der Pluto im Steinbock ist da. Macht und Ohnmachtthemen spielen eine Rolle. Man sollte sich also, ich sag mal, auf die Mitmenschen einstellen und nicht mit den Ellenbogen hantieren. Auch wenn man negative Gedanken hat oder vielleicht auch jemanden vor sich, der eben, ich sag mal, als Gegner betrachtet wird. Ja, trotzdem mit Charme und positiver Einstellung kann man mehr erreichen als mit Frust oder, ich sag jetzt mal, mit Zorn oder mit Provokation. Wir haben dann natürlich auch Jupiter, Uranus im Stier rückläufig. Eine Energie, die natürlich auch den Rückblick offen hält für die Dinge, die man geändert hat oder an denen man noch dran ist. Für die Dinge, die man als schön empfindet oder die man weiterführen möchte. Wir haben den rückläufigen Saturn in den Fischen. Bei sich beginnen, sich optimieren, schauen, was ist da noch im Argen, was muss ich noch klären, wo habe ich da noch irgendwelche Dinge offen, die mich beschäftigen oder die mir nachhängen. Und dann haben wir natürlich Neptun in den Fischen auch Sensitivität, Einfühlungsvermögen, sich in andere hineinversetzen können. Das ist manchmal auch sehr wichtig, um zu wissen, wie man vor sich hat. Wir schauen uns jetzt mal an, was wir für den Wassermann haben. Übrigens wird der Mond gegen 20 vor 10 heute Abend auch in den Schützen wechseln. Da ist mehr Optimismus und positive Herangehensweise drin. Wir haben eine solide Basis, vier der Stäbe, Hausheimfamilie, Job zum Beispiel, aber auch natürlich, wo man sich sicher fühlt, fokussiert auf das, was dir wahrscheinlich auch gut gefällt. Aber wir haben die Vergangenheit. Es geht um etwas vielleicht aus der Vergangenheit, wo man noch etwas zu klären hat und wo man vielleicht noch etwas wiederbeleben möchte, wie ich sagte, oder wo man eben vielleicht noch ein bisschen festhängt, gedanklich oder gefühlsmäßig. Da haben wir die Heilung, die Wassermann-Energie, deine Energie sagt damit, dass du da etwas noch bewerkstelligen solltest, dich darauf fokussieren solltest, Dinge aus der Vergangenheit zu heilen. Und auch damit bei sich selbst ein bisschen aufzuräumen, die Sicherheit und Stabilität dazu zu nutzen, sich vielleicht alten Erinnerungen zu stellen oder alten Vorhaben, die man vielleicht zu früh hat schleifen lassen oder wo man sich nicht ausreichend darum gekümmert hat. Die Möglichkeit besteht. Natürlich geht es auch darum, dass man vielleicht auch Sicherheit und Stabilität aus der Vergangenheit ziehen kann, die man vielleicht auch wiederbeleben möchte. Wie auch immer, es ist eine schöne, heilende Energie, die du natürlich nutzen solltest. Viel Erfolg dabei. Wir sehen uns, wenn du magst, morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Fische. Wir sind bei Dienstag, 17. Oktober 2023. Die Sonne und der Merkur befinden sich in der Waage. Ausgleichende, harmonisierende Energie. Der Mond und der Mars befinden sich im Skorpion. Auch Wasserenergie wie deine stärkt dich, dein Selbstvertrauen und auch deinen Ehrgeiz. Aber es geht auch ein bisschen in eine negative Richtung. Negative Gedanken, vielleicht auch Wut oder Zorn. Solche Sachen können dabei auch aufkommen. Und das Gefühl, die Dinge vielleicht auch unter Kontrolle haben zu wollen. Das wird noch unterstützt von der Venus in der Jungfrau. Diese Energie ist verlässlich, langfristig planend, pragmatisch, geduldig und eben auch ein bisschen kontrollierend. Tja, im Geschäftlichen oder Finanziellen ist das wunderbar, im Zwischenmenschlichen gar nicht möglich. Und deswegen führt es, wenn man das übertreibt, zu Enttäuschung. Und das wird, wie gesagt, mit der skorpionischen Energie noch unterstützt. Also sei da bitte vorsichtig. Das gilt nicht nur für dich, das gilt auch für alle anderen. Wir haben dann den Pluto im Steinbock. Macht und Ohnmachtthemen können dir begegnen. Und da muss man dann natürlich aufpassen, wie man vielleicht seine eigene Macht einsetzt oder wie man sich gegen Macht, Missbrauch auch wehrt. Und da muss man sehr strategisch vorgehen in dieser Zeit. Wir haben, Jupiter Uranus im Stier, auch eine sehr schöne Erdenergie, die dich trägt als Fisch, wo man zurückblicken kann, was man gut gemacht hat, wo man gute Veränderungen herbeigeführt hat und was man da vielleicht auch noch weiter beobachten möchte. Aber auch die schönen Dinge, die man wiederbeleben oder wieder aufrecht halten möchte, je nachdem, wie die Situation bei dir aussieht. Wir haben den Neptun in den Fischen. Ja, ist Kreativität drin, aber auch verträumt sein. Die Dinge vielleicht ein bisschen zu optimistisch zu sehen oder zu positiv. Wir haben den rückläufigen Saturn in den Fischen, der auch möchte, dass du schaust, wie habe ich das bisher geregelt, wo gibt es noch Baustellen, die ich bearbeiten muss, wo muss ich mich noch drum kümmern, wo sollte ich mich kümmern und wie habe ich das bisher gemacht und was kann ich verbessern. Der Mond wechselt dann auch gegen 20 vor 10 in den Schützen, ist dann morgen also auch vorhanden. Was haben wir jetzt für die Fische? Gute Stimmung, das ist sehr schön, positive Attitüde. Wir haben den Erfolg, du bist erfolgreich, die ganze Erdenergie und auch die skorpionische Energie verhelfen dir. Zu ansehen, zu ruhen oder eben auch dazu, dass du deine Dinge erfolgreich weiterführst. Du bist mit Leidenschaft dabei, das Ast der Stäbe ist ein leidenschaftlicher Neubeginn und die Erkenntnis. Das heißt, du hast sehr viel gelernt, sehr viel erreicht und diese Erkenntnis bringt dich weiter und beflügelt dich noch mehr. Jetzt solltest du natürlich mit den Leuten, die dich dabei unterstützt haben, feiern und natürlich auch dich glücklich schätzen. Und natürlich plant man immer, wenn man einen Erfolg eingefahren hat, auch dann den nächsten Schritt, der wir gut überlegt und besprochen sein. Und natürlich dürfen Gefühle nicht fehlen. Und wie gesagt, wenn du es nicht zu rosig siehst und zu verträumt, sondern auch realistisch und auch, ich sag mal, ein bisschen pragmatisch weiter planst in die Zukunft, wird das auch weiterhin so fortgeführt. Ich wünsche dir viel Spaß dabei, viel Erfolg und wir sehen uns, wenn du magst, morgen wieder. Musik 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 Musik